Ja und herzlich willkommen zurück zu Ready or not. Weiter geht's mit dem nächsten Auftrag. 23 MB a second. Michael Williams has killed his mother and taken his younger brother hostage. LSPD has been tasked with responding. Move quickly. Lass mal sehen. Ich glaube ich spiele jetzt die Ansatzbesprechung einfach ab und ich lese mir dasselbe durch. Währenddessen finde ich cool. Operators just received a 911 call from an individual within an apartment complex in St. Uriel this morning, detailing a brewing hostage situation. It seems that Michael Williams has barricaded himself in his apartment along with his brother DeMarcus. He also shot and killed his mother, Cassandra Williams. The call was brief, but gave us information regarding his potential mental state. Has anyone tried to regain contact with Michael? The call fast when attempted. And calls from negotiators outside have fallen on deaf ears. It sounds like Michael may be firing a weapon inside his room. And we've received multiple reports of gunfire from other individuals within the complex. The building has a single entry through the main atrium. There's also a second entry point through a fire escape nearby, which should allow quick access to the other levels without exposure to your teams within the atrium. The watch commander is on scene and has patrol holding perimeter positions. Thames is staging at the command post. Currently, they're awaiting our arrival to make entry, as the situation has been deemed dangerous, given no communication can be established. Do we know of any other threats within this space? Michael's apartment is number 14, and so far we've managed to confirm that rooms 16, 11, and 12 are all currently inhabited but closed off. Those residents have either been evacuated or are sheltering in place. However, we were unable to make contact with apartments 13 and 15, both of which are under the ownership of Michael Williams at this time. It is unknown if he is still barricaded with his family in 14 or has moved into one of the other rooms to ambush. We are not aware of any other threats. It seems to just be one guy. Alright, let's roll. Alright, also eine Person, die bewaffend ist. Wir wissen nicht, also die Wohnung ist Nummer 14, aber wir wissen nicht, ob er immer noch in Wohnung 14 ist oder in 13 oder 15 geflüchtet ist und sich dort verbarrikadiert hat. Was natürlich ein hohes Risiko darstellt, das sind drei Apartments, die wir also clear müssen. Und dann müssen wir wahrscheinlich bei 13, 14 und 15 anfangen, also einfach der Reihenfolge nach, damit uns da nichts überrascht. Das Atrium ist gefährlich. Chief Alvarez, please call us. Chief Alvarez, please call us. Weil man da runterschauen kann. Von 14, 15, 16. Die unteren drei Apartments sind geräumt oder befinden sich vor Ort, die Leute. Die Räte war von einer Feuertreppe hinten. Die uns einen besseren Access gibt. Hier wären wir sonst ziemlich offen. Würde ich jetzt nicht bevorzugen. Verdächtige Michael Williams, männlich, 5'11. Michael Williams, auch bekannt als Milky Toes, ist ein beliebter Open-House-Streamer, der für seine häufigen Ausbrüche bekannt ist. Er hat sich zusammen mit seinem Bruder in seiner Wohnung verbarrikadiert. Cassandra Williams war die Mutter von Michael und DeMarcus. Sie wurde von ihrem ältesten Sohn tot gemeldet, der kurz nach ihrer Ermordung den Notruf wählte. Warte, 2001. Also Michael hat sie getötet, aber sie hat tot gemeldet. Speziell. Die Marcus Williams ist der Bruder von Michael. Er besucht die Son Uriel High. Der Marcus ist angeblich zusammen mit seinem älteren Bruder im Haus verbarrikadiert. Seit 2010, das sind 13 Jahre, daher gehe ich mal davon aus, dass der nicht eine Waffe hat. Andere Zivilisten, einige andere Zivilisten wurden beim Betreten des Wohnkomplexes gesichtet, konnten aber von der SPD noch nicht identifiziert werden. Wahrscheinlich sind sie irgendwo drinnen. Schlecht. Will not believe this game. Milky Towers Vorschaubild, eine Miniaturansicht, die Michael Williams zeigt. Überfällige Rechnung. Eine verdächtig teure, überfällige Rechnung, die der Grund für Michaels Handeln sein könnte. 24.770 Dollar. Amount overdue on a previous statement. 2025 spielt das Spiel offensichtlich sogar. Natural Gas. Notruftranskript 9-1-1-Mitschrift des Anrufs von heute Morgen. Haben wir schon gehört. 9-1-1, 9-1-1, was ist deine Erkrankung? Mein Name ist Michael Williams. Ich bin jetzt in der Apartment 14 in den San Uriel-Kondominiums mit meinem Sch***-Brother. Ich kenne dich, weil ich meine Mutter töte. Und ich werde meinen Bruder töten. Und dann werde ich mich selbst töten. Also nicht in. Okay, Herr, bleib mit mir. Ich würde gerne... Nicht erzählen, was du tun hast! Okay, das hört sich gar nicht gut an. Bringen Sie die Ordnung in Chaos. Verhaften oder neutralisieren Sie jeden Kontakt am Tatort. Alle Zivilisten retten. Michael verhaften. Wir sollen ihn verhaften. Ähm... Ein Friedensstift wäre gut, wenn wir den mitnehmen. Aber wir können sowieso die zwei noch nicht mitnehmen. Und... Doof, dass sich das manchmal von alleine abspielt. Dann würde ich aber kurz die Ausrüstung ein bisschen ändern. Und dann würde ich den mitnehmen. Und dann würde ich den mitnehmen. Ah, da ist der Taser Okay, ich selber habe also den Taser dabei Es ist schwierig zu sagen, ob wir Mit einer Pfefferkant Da reingehen wollen Das Schild ist gut Türrahmen finde ich auch gut Die Beanbag finde ich auch gut Da würde ich wahrscheinlich eher eine Blendgranate mitnehmen Also eher eine Blend Ergranatenwerfer hat Und du kannst von mir aus ein zweites Schild mitnehmen Dann würde ich das Team so aufstellen Und damit fahren Und dann gehen wir mal Schief Ich bin bereit Mal schauen, was hier auf uns war Das ist eine neue Mission Die gab es vorher noch nicht Von daher bin ich gespannt, wie das Ganze aufgebaut ist Und auf was wir da treffen werden Und ich würde mal Ausschau halten Näher nach dieser Feuertreppe Statt eben über dieses Atrium zu gehen Und die Mission Spiel kurz laden lassen Okay, kurz mal auf die Map schauen Äh, wir sind glaube ich hier Und die kommen von hier hinein Ja, vor den Leute Sieht ziemlich cool aus Die Map schon mal Okay, das ist eben das Atrium Das offen ist Das ist der andere Eingang hier Die Apartments sind ja oben Äh, erster Stock Warte Ich meine das zumindest Okay, zweiter Stock Also hier sind 11 und 13 Ich würde trotzdem kurz No wait Ist das das Apartment? Ich gehe mal kurz weiter, Leute Mein Apartment 14 Sorry Im ersten Stock sollten bloß Es ist halt die Frage Wie das in Amerika ist Ist der erste Stock der erste Stock? Oder ist der erste Stock? Unten Ich würde jetzt trotzdem hier mal Reingehen Okay, what the fuck Haben wir hier gespunden? Oh shit Oh shit What the fuck Ey, wir haben mit einem Typ gerechnet Äh, bleibst bitte hier Jetzt ist hier einfach noch was anderes drinnen Hands up now Drop to your knees What the fuck Server farm melden Machen die hier Crypto-Mining oder was? Das ist natürlich schlecht Jetzt weiss der andere, dass wir hier sind Doof Wie da geht's nach draussen zum Atrium Das ist doof Vielleicht hätte ich eher Ähm Ähm Let me see those hands Kann ich kurz mal Get the shield up here Bring up the shield Don't hit Get the shield out Clear it after my go Acknowledged Police, get down Shit, 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 shit Das ist das scheiß Atrium, wir müssen weg Wir müssen von oben klieren, das geht nicht Wir müssen hier anders vorgehen, das ist nicht gut Okay, alle hinter mir bitte Wohl, nee, warte Könntet ihr bitte euer scheiß Schild einsetzen Dann halt nicht Ich hätte lieber, wenn jemand mit dem Schild vorgehen würde Da ist nix Schild Bring up the shield Leute Das ist nie Fair Nichts Das ist nicht Wie hier He is Garnix Leute, wo geht ihr hin? Ey, wo sind die anderen hin? Wo sind denn die anderen jetzt hin? Okay, Apartment 16 geht um nichts. Hier oben ist auch nichts. Okay, Apartment 14 ist es. Und wer ist? Ab unten haben wir noch nicht gecleared. Nein, 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 nein. Okay, die anderen Apartment sind zu. Ich glaube, hast du bloß das? Wow. Eigentlich schön. Wäre eigentlich schön. Okay, hier unten gibt's nix. Okay, dann ab zum Apartment. 14. Ich hab ziemlich viel abbekommen. Ach du Scheiße. Okay, er hat einen Shotgun. Er hat eine Automatikwaffe. Ja, gut. Sieh zu, ist schwierig. Ram ist aber auch doof. No, 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 no. Schlecht. Ich wollte das nicht. Okay. Ja gut, dann können wir eigentlich mit der Ramme stürmen. Und, äh. Blendgranate. Okay. Versch ihn, dann haben wir den Hauptverdächtigen. Lebendig. We have a suspect in custody. Talk to entry team. Roger that. Trailer's incoming. Proceed with caution. Down on the ground. Tie them down. Moving into Hancock. Keiner ist tot. Tot? Nicht tot. Safety procedure. Wie nice das Game oversteht, habe ich auch. Talk to entry team. Roger that. Trailer's incoming. Wir haben mit einem Verdächtigen gerechnet. Okay, da hinten ist eine blinde Ecke. Ey, ich muss sagen. Nice room. Echt cool. Mit einem Roborock. Der Spielzettel. Don't shoot me. What is wrong with you? Lolololololol. Holy crap. Lol. Bad boys. Bad boys. Wie geil ist das denn bitte? Und wir drüben Discord offen. Da die Cam. Das Stream Deck. Das Mousepad. Mischpulte. Mikrofon. Ich muss sagen, ziemlich detailreich. Seriously, what is going on? Alter, wie cool. Vor allem cool, dass man uns in der Kamera sieht. Nanoleafs. Man kennt hier ziemlich viel. Ein Zelda-Schwert könnte das sein. Ich muss sagen, sehr cool gemacht. Wir haben gar nicht alle ge- Du bist unser Hauptverdächtiger. YouTube offen. Nice. Ein Nerfgun. Aber der Junge, der kleine Junge ist weg. Ja, der kleine Junge ist weg. Der fehlt. Also. Äh, ich glaube ich, das war der. Aber irgendjemand fehlt noch. Cool eingerichtet. Muss ich sagen, würde ich ein paar Dinge vielleicht auch so übernehmen. Gibt's aber noch einen Raum drüben. Okay. Keep your hands up. Hands up, do it now. Move in, bang and clear. Moving up. Put your hands up. You wanna play ball? We're all safe. Ich glaube, wir haben's. Okay, das ist alles grün. Das heisst, wir haben's eigentlich. Ähm. Secure the area. Yep. Aber vielleicht finden wir noch irgendwo was. Beginn eine Search. Secure any contacts. Irgendwie Beweis oder irgendwie sowas. Sieht ansonsten eigentlich gut aus. Weil ich find's komisch, irgendwas fehlt. Wahrscheinlich. Weil die Mission jetzt nicht von alleine aufhört. Weil die andere Mission, die erste. Ist das ein Atari? Ich kenn mich da mit alten Spielekonsolen nicht so aus. Äh, weil die andere Mission Search and Secure. Ja, von alleine aufgehört hat. Ein Lenkrad, wie cool. You won't believe this broken weapon is shooty. How best to design video games for the hearing impaired. Boob tube. Was? Boob tube. Und hier irgendwie so ein D&D tabletop thing. Level up. Echt cool angerichtet. Bei ihm haben wir die Waffe auch. Ich weiss nicht, hatte er noch eine Waffe irgendwo? Search and secure the area. No problem. Und da sehe ich jetzt nirgendwo etwas. Eigentlich muss er ja eine Waffe gehabt haben. Weil ich ihn erschossen hab. Und er auf uns geschossen hat. Und ich sehe gerade die Waffe nicht. Das mit dem Chat finde ich nice. This is the best. F. Holy crap. Horace, this gets shot. You deserve it, you pervert. We got you. Ich habe keine Ahnung, wo seine Waffe hin wäre. Alter, ernsthaft. Einfach ein Spanner. Na gut, ich würde sagen, was war es wahrscheinlich. Ich finde da nichts mehr. Ich habe keine Ahnung, ob da was fehlt oder nicht. Die Wohnung ist cool eingerichtet. Würde ich auch so machen. Finde ich nice. Sie hat ja auch keine Waffe. Ne, nur ne. Spielzeugwaffe. Gut, dann schliessen wir das ab. Ich glaube, wir haben es. Ich würde den anderen hier noch kurz raustragen. Einfach so aus Prinzip. Komm mit. Wo bist du unser Hauptverdächtiger? Alright. Schliessen wir das Zeug ab. Irgendwas haben wir bestimmt übersehen. Der Exploit. Mod erkannt. Ich habe eigentlich keine Mod aktiv. Komisch. Aber wir haben alles gewunden. Zufrieden, zufrieden, zufrieden. Nachricht von Doc. Ich habe in letzter Zeit ein paar besorgniserregende Dinge gehört und stelle fest, dass die Öffentlichkeit zunehmend negativ über den LSPD denkt. Ich wollte nur mal nachhören. Wie Sie damit zurechtkommen. Denken Sie daran, sich zwischen den Einsätzen eine Auszeit zu gönnen und Energie zu tanken. Oh, right. Das hätten wir dann also auch. War eine coole Mission. Da kam was Unerwartetes auf uns zu. Finde ich nice, dass sowas hier im Spiel ist. Painting in Progress. So, dass nicht alles gleich von Anfang an klar ist, was uns hier eigentlich erwartet, die diese Missionen einsetzen. Wo bin ich jetzt hier eigentlich? Evidence Locker. Okay, habe ich gar noch nicht gesehen. Oder ist das neu? Interviewing Room. Listening Room. Detective Bureau. Ah, spannend. Also am Ende gibt es wahrscheinlich irgendwie hier Zusammenhänge zwischen allen Sachen. Weil hier ist der andere aufgehängt, der seine Mutter getötet hat und seinen Bruder. Und die anderen drei Schützen sind da nirgends aufgehangen. Das Spiel könnte wirklich sehr cool werden am Schluss. Evidence Locker. Das gibt es hier unten. Hi. Beweis prüfen. Santa Muerte Statue. Eine Statue. Es ist nicht klar, warum sie hier ist. Okay. Polizei Akten. Aber sonst gibt es nichts anderes. Spannend. Haben wir das auch gesehen. Ich muss da gleich noch kurz zwischen den Folgen mal schauen, was da mit dem Mods los ist. Weil eigentlich habe ich keine Mods mehr aktiv. Eigentlich habe ich alles ausgeschaltet. Aber gut, ich würde sagen, das war es erstmal wieder von dieser Folge von Ready or Not. Das war eine ziemlich coole Mission. Da kam ohne Warte das auf uns zu, was ich cool finde. Das bringt ein bisschen Dynamik ins Spiel hinein. Und ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Ready or Not. Tschüss. So, are you ready? Und ich bin so closureiser- Wie Jeremiah? Wie? Wie? Wie?